Herzlich Willkommen bei der ISPO 2018 am Otorock Stand. Heute habe ich das Vergnügen euch die Oplar Jacke aus unserer Skitour Naked Jeep Kollektion zu zeigen. Sie ist für nicht nur anspruchsvolle Skitourngeer, sondern auch Alpinisten, aber auch Skitourngeer im Genussbereich. Und was ist das Spezielle an der Otorock Stand? Sie ist erstens super leicht und dann hat sie auch eine hochfunktionelle Membran. Wir verwenden hier eine Membran aus Japan von Torre, die Torre Thermizax LX. Sie hat eine sehr hohe Wassersäule, eine Vierwege Stretch Membran und eine non-poröse VU Membran. Der Stoff ist besonders robust und ablubsfähig. Und wie wir hier sehen, gibt es die bei dieser Jacke in einem schönen dreifarben Design. Wir haben eine Stromkapuze, die auch bei Strom und Wetter mit einer Hand regulierbar ist. Sie geht weit nach unten und schützt den Körper vor Wind und Wetter. Damit der Körper nicht überhitzt, haben wir hier unter den Achseln einen Zipper zur Nüftung. Die Naked Jeep-Kollektion steht nicht nur für Leichtigkeit, sondern auch für Vergnügen am Berg. Das ist das, was wir den Leuten mitgeben wollen. Vergnügen am Berg, genießt die Umgebung, genießt die Umwelt. Seid sicher beim Skitourngehen und habt Spaß, was ihr macht. Und zur Naked Jeep-Otlerjacke gibt es auch eine Hose dazu. Die passt farblich super auch mit dazu und man wundert das Ganze auch. Genau, und wer, wer möchte, kann gerne bei Stadler-Marcus.de gerne nochmal ein Review über die Jacke durchlesen. Und ja, vielen Dank für das Review. Ja, danke fürs Kommen. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch bei der ISPO. Danke, ciao, ciao. Danke, ciao.